Starship feuert und amerikanische Flugaufsichtsbehörde modifiziert Starterlaubnis für den siebten vollintegrierten Testflug sowie folgende Starts. Weihnachtsstimmung in der Starbase und Fehlstarts in Japan. Europäische Satelliten-Internet-Konstellation nun beschlossen. Axiom ändert Design seiner Raumstation, um vor ISS-Ende schneller eigenständige Stationen betreiben zu können. Shenzu 19 absolviert längsten Außeneinsatz in der Geschichte der Raumfahrt. Und Ariane Space-CEO Stefan Israel hört nach diesem Jahr auf. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Nun hat also auch die Starship-Oberstufe für den siebten vollintegrierten Flug Feuer gesehen. Nachdem ich letzte Woche schon über den statischen Feuertest von Booster 14 berichtet hatte, war diese Woche auch die zugehörige Oberstufe Ship 33 an der Reihe. Ja, und das direkt im Doppelpack, dazu aber gleich mehr. Naja, zuerst ein Startstofffeuertest aller sechs Raptor-Triebwerke. Gut zu erkennen ist die volle Betankung mit Sauerstoff im unteren Tank und nur eine Teilfüllung des Methantanks, also der obere Tank. Unter Sicherheitsaspekten natürlich besser, wenn man für diese Tests die Rakete nicht bis oben hin mit Treibstoff und Oxidator füllt. Auch noch im fast stochometrischen Verhältnis, also in dem Verhältnis, wo es gut zusammen abbrennt. Wenn was schief geht, könnte es dann ja natürlich ganz gut Feuer machen. Aber gute Überleitung, die Starship 33 Oberstufe, die verfügt über größere Tanks als die bisher geflogenen Starships der Version 1. 25% mehr Treibstoff soll in das neue Design passen. Damit man die größeren Tanks unterbekommt, soll das überarbeitete Design etwa zwei Meter länger sein. Gut für mich, dann kann ich im Livestream sagen, ja, ein neuer Rekord für die längste Rakete, die je gebaut wurde. Aber es kommt ja bekanntlich nicht nur auf die Länge an, sondern eben auch wie man damit startet. Die Performance, die soll auch durch die nächste Version Triebwerke, die Raptor 3, erhöht werden. Wobei Ship 33 noch über Raptor 2 verfügt. Weiteres Update bei Version 2 Starships, wichtig für die Wiederverwendung, der überarbeitete Hitzeschild. Das markanteste Detail vermutlich die deutlich kleineren vorderen Steuerflächen, die auch weiter in den Wiedereintrittswindschatten gerückt sind. Man sagt auch Lee-Wertz. Das kommt aus der Seefahrt. Lee, das ist windabgewandte Seite. Luf, dem Wind zugewandt. Eselsbrücke, Lee wie leer und Luf wie luftig vielleicht. Auf den vorangegangenen Flügen, da hatten wieder eintretende Starship-Oberstufen massiv Probleme mit dem heißen Plasma. Besonders problematisch waren die Übergänge zwischen den Steuerflächen und dem Rumpf. Zu meinem großen Erstaunen gelang ja selbst der ersten kontrolliert eintretenden Oberstufe-Chip 29 trotz geschmolzener Steuerfläche eine weiche Landung im Indischen Ozean. Auf den Flügen 5 und 6 gar so genau, dass die Kameraburien die Landung in der Landezone filmen konnten. Weiter noch, dabei avisierte SpaceX eine Wiederkehr der Oberstufe bereits für Flug 8, also den übernächsten. Also Wiederkehr meint, die wollen dann wirklich in der Starbase auch die Oberstufen landen. Bedingung dafür, die Landung muss wieder gelingen und mit Sicherheit ebenso das Manöver im Orbit. Der folgende siebte Flug, der wird wieder suborbital mit einer Wasserung im Indischen Ozean durchgeführt. Obwohl suborbital möchte SpaceX erneut einen De-Orbit-Burn demonstrieren, beziehungsweise SpaceX schreibt von Start statt Zündung eines einzelnen Triebwerks zur Demonstration eines flugähnlichen Starts für eine Verbrennung im Weltraum oder im Start im Weltraum. Dieser Formulierung entsprechend könnte der Orbit also auch verlängert werden auf diesem Flug durch diesen Burn. Diese Zündung, die wird mit einem meeresfähigen Raptor durchgeführt, ganz einfach, weil die Vakuum-Optimierten über keine Schubvektorsteuerung verfügen und auf dem Außenkreis einen nicht so optimalen Schubvektor durch den Massenschwerpunkt haben. Gerade wenn man da eben wieder nur ein einzelnes zünden würde. Die grundlegenden Fähigkeiten für so ein Orbitalmanöver, soweit man das auf der Erde unter den Erdbedingungen testen kann, das hat jetzt ein einzelnes Raptor getestet. Keine 24 Stunden übrigens nach dem statischen Feuertest aller sechs Raptor-Triebwerke. SpaceX war so nett und hat uns eine tolle Zeitlupe dieses Tests geteilt. Schön zu sehen, wie das Eis an den Treibstoff-Tanks durch die Vibration gelöst nach unten fällt und dann vom Abgas mitgerissen wird. Nach Abschluss der statischen Feuertest an Ship 33 in der Messies-Testanlage ist es ja etwa nur sieben Kilometer westlich vom Bauplatz. Da wurde Ship 33 dann zurück in die Mega B2 gebracht. Hier erwartet die Oberstufe dann die letzten Vorbereitungen für den Start im Januar. Ich bin mal so frei und sage, dass der Start im Januar stattfinden wird. Die Hardware ist nämlich frei getestet. Fehlt noch eine Wet-Dress-Rehearsal. Die Start-Infrastruktur macht einen soliden Eindruck und zu meiner Überraschung, da hat die FAA schon durchblicken lassen, dass trotz der Hardware-Änderungen an der Oberstufe im Vergleich zur vorherigen ersten Version einem Start mit der aktuellen Starterlaubnis mit leichter Modifikation nichts Großes im Wege steht. Mehr noch, in dieser Konfiguration könnten durchaus wieder mehrere Starts erfolgen. Da der übernächste Flug 8 auch wieder ein Chip in Version 2 mit einem Booster in Version 1 paart, also gute Voraussetzung für eine kurze Zeit zwischen den beiden kommenden Starts. Wird also ein heißer Jahresanfang. Die Starterlaubnis der FAA, die enthält auch Ausnahmen für Testschäden, solange es keine Verletzten gibt, es Schäden an Drittparteien oder unkontrollierte Trümmer gibt. Und zu den akzeptierten Schäden an der Hardware, da zählen zum Beispiel Fehler des Hitzeschildes bei hohen Temperaturen, Ausfall des Klappensystems bei hohen dynamischen Belastungen, Fehlfunktionen des Raptor-Triebwerks beim Landingburn oder während des Weltraumtests und Probleme mit Super Heavy nach der Bergung. Das heißt, diese Fehler, die würden keine Untersuchung nach sich ziehen, weil es sich eben um einen Testflug handelt. Bei all den positiven Nachrichten zu Flug 7, da wirkt die Pause seit Flug 6 eher dem Jahresende und den Feiertagen geschuldet. Klar, nach diesem Jahr 2024, da haben sich die Starship-Teams nun aber wirklich eine Pause verdient. Die Starbase, die stimmt sich auch schon mit einer Weihnachtsparade auf die Weihnachtszeit ein. SpaceX wird mit Starlink ja voraussichtlich sein eigener bester Starship-Kunde mit den neun deutlich größeren Starlink-Satelliten. Die sollen neben einer viel höheren Bandbreite auch direkte Smartphone-Konnektivität erlauben. SpaceX betreibt aktuell etwa 300 direkt zum Handy sendende Starlink-Satelliten und will bis zu 7.500 Satelliten für die globale Smartphone-Konnektivität einsetzen. Starlink aufs Handy ist nun als erstes in Neuseeland in den regulären Betrieb übergegangen. SpaceX bietet in Zusammenarbeit mit One New Zealand direkte Textnachrichten über Starlink-Satelliten an. Dieser Dienst erweitert die Mobilfunkabdeckung in Neuseeland um 40%. One New Zealand bietet den Dienst kostenfrei an für bestehende Kunden mit monatlichen Mobilfunkverträgen. Aktuell soll der Dienst mit ausgewählten Smartphones funktionieren. Weitere Modelle sollen dann 2025 auch unterstützt werden. Die Nachrichten, also reine Textnachrichten, die werden dann innerhalb von 1-10 Minuten zugestellt, abhängig von der Satellitendichte. Ist also eher ein Not-Service. Meine Freundin ist aktuell in Asien unterwegs und hat fast den Tränen nah, ich übertreibe maßlos, davon berichtet, dass sie die ARD-Mediathek nicht im Ausland nutzen kann und ihr Netflix-Account nicht funktioniert. Ganz Ritter in der Not habe ich nur gesagt, Baby, nutzt einfach meinen NordVPN-Account. Ihr glaubt nicht, was mir da an Dankbarkeit aus der Webcam entgegengesprudelt ist, als die Serie dann endlich zu laden begonnen hat. Ja, und da NordVPN mit einem Account bis zu 10 Geräte gleichzeitig absichert, geht das Teilen auch problemlos. Für Handy, iPad, Laptop, Smart TV, PC, you name it. Mit meinem aktuellen NordVPN-Deal bekommt ihr einen exklusiven Rabatt und bis zu vier Bonusmonate oben drauf, findet ihr in der Videobeschreibung. Die Weihnachtszeit ist ja bekanntlich die Zeit im Jahr, in der Kinder aus allen Teilen der Welt zurück zu ihren Familien kommen, um die IT-Probleme ihrer Eltern zu lesen. Vielleicht kannst du dir ja auch grenzenlose Danklichkeit von einem Serien-Junkie sichern. Hier kurz und knackig für dich nochmal zusammengefasst, was ein VPN-Anbieter macht. NordVPN bietet Sicherheit, Privatsphäre und Freiheit im Netz. NordVPN verschleiert die IP-Adresse, sodass du zum Beispiel virtuell aus anderen Ländern auf Inhalte zugreifen kannst. Aber nicht nur auf Reisen, auch zu Hause hat ein gutes VPN seine Vorteile. Wenn du vermeiden möchtest, dass dein Internet-Anbieter überwacht, welche Webseite du wie lange nutzt, dann hilft dir der Inkognito-Modus deines Browsers herzlich wenig. Schalte lieber NordVPN ein, denn es geht keinem etwas an, was du online tust. Findest du das auch? Mit meinem NordVPN-Deal bekommst du bis zu vier Bonusmonate obendrauf. Das Ganze kannst du wie immer bei NordVPN mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie total risikofrei testen. Apropos Asien. Am Montag, 16. Dezember, da begann China offiziell mit dem Bau seiner nationalen Guawang-Megakonstellation, die eine globale Kommunikationsabdeckung aus dem niedrigen Erdorbit ermöglichen soll. Also das Pendant zu Starlink eben aus China. Die Lange Marsch 5B, die hob um 11 Uhr Ortszeit von Wing Chang im Süden Chinas ab und transportierte die erste Satellitengruppe in den Orbit. Ganz interessant, trotz oder wegen der strategischen Bedeutung des Projekts, da wurde die Mission weder live übertragen noch detailliert beschrieben. Mit knapp 13.000 geplanten Satelliten soll Guawang als Antwort auf Starlink und andere internationale Konstellationen dienen. Die Lange Marsch 5B, Chinas derzeit größte einsatzbereite Trägerrakete, die hat keinen sonderlich guten Ruf. Ein entscheidender Fortschritt bei diesem Start, die Verwendung der Yuan-Seng-2-Oberstufe. So kann die Raketenhauptstufe kontrolliert suborbital wieder eintreten und gerät nicht Wochen nach dem Start in eine unkontrollierte Wiedereintrittsphase. Auch am Montag, 16. Dezember, da ist von Taichuan eine Lange Marsch 2D gestartet. An Bord befand sich die Nuzlas Piesat 2 9-12. Das sind kommerzielle Radar-Erdbeobachtungs-Satelliten. Am Dienstag, 17. Dezember, da hat SpaceX mit einer Falcon 9 für die US Space Force ein GPS-3-Satelliten von Cape Canaveral gestartet. Hätte ich so stehen lassen können, aber dank Scott Manley, dann habe ich nochmal genauer hingeschaut. Ziemlich abgefahren, der Satellit, der war ursprünglich für einen Start Ende 2025 an Bord einer Vulcan-Rakete von ULA vorgesehen. Die US Space Force wollte dann ausprobieren, wie schnell sie es schafft, einen großen Satelliten aus dem Lager zu holen und auf einer anderen Rakete zu starten. Die Mission, die wurde in unter sechs Monaten umgesetzt, anstatt der üblichen zwei Jahre. Auch am Dienstag, 17. Dezember, auch mit Falcon 9, auch US Space Force, der Aufklärungs-Satellite Enroll 149. Startplatz war Vandenberg, also Westküste. Auch am Dienstag, 17. Dezember, auch SpaceX, auch Falcon 9. Diesmal von Kennedy Space Center, die Kommunikations-Satelliten für SES, O3B, Empower 7 und 8. Am Mittwoch, 18. Dezember, da gab es einen weiteren Fehlstart der japanischen Kairos-Rakete. Die Trägerrakete, die verlor wenige Minuten nach dem Start die Kontrolle. Der Vorfall, der markierte einen weiteren Rückschlag für Space war und das Unternehmen hinter der Rakete, das sich mit der Kairos eigentlich im Markt für kleinen Satellitenstarts etablieren will. Die Kairos-Rakete, die trug fünf kleine Satelliten, darunter ein Satellit der Taiwan Space Agency. Ja, es war bereits der zweite Fehlstart des neuen Trägersystems. Auf dem Erstflug im März diesen Jahres, da explodierte die Rakete nur Sekunden nach dem Start, nachdem ein automatisches Flugabbruchsystem der ersten Stufe ausgelöst wurde. Die Kairos, die soll bis zu 150 Kilogramm in einen sonnensynchronen Orbit bringen können. Die chinesische Raumfahrtfirma Galactic Energy, die hat am Donnerstagmorgen, 19. Dezember, ihren vierten erfolgreichen Raketenstart von einer schwimmenden Startplattform durchgeführt. Die Feststoffrakete vom Typ Ceres 1, die hob in unmittelbarer Umgebung der Stadt Rizao ab. An Bord der Ceres 1, da befanden sich vier Tianqi-Satelliten. Diese Satelliten, die sind Teil der kommerziellen Tianqi-Narrowband-IoT-Konstellation. Insgesamt befinden sich jetzt 33 Tianqi-Satelliten im Orbit. Die erste Ausbaustufe, die umfasst 38 Satelliten. Am Freitag, 20. Dezember, langer Marsch 3BE von Xi Cheng. Die nutzt das, ist mir nicht bekannt. Am Samstag, 21. Dezember, Falcon 9 von Cape Canaveral mit vier Kommunikationssatelliten für den Geo. Und auch am Samstag Falcon 9 mit einem Aufklärungssatelliten für das südkoreanische Militär von Vandenberg. Die Europäische Kommission und die ESA haben gemeinsam mit Industriepartnern den Startschuss für ihres Quadrat gegeben. Die Satellitenkonstellation soll sichere und unabhängige Kommunikation für Europa bereitstellen. Mit einem Budget von 10,6 Milliarden Euro soll bis 2031 rund 290 Satelliten in verschiedene Umlaufbahnen sichere Dienste für Regierung und kommerzielle Anwendung bereitstellen. Neben der sicheren Kommunikation vor allem für Regierung und Militär soll die Konstellation auch Schutz vor Cyberangriffen bieten und Europas Unabhängigkeit vor nicht-europäischen Anbietern wie SpaceX stärken. Die Finanzierung, 6 Milliarden stellt die EU-Kommission bereit, während die Industrie über das SpaceRise-Konsortium 4,1 Milliarden Euro bereitstellt. Die ESA beteiligt sich mit 550 Millionen Euro. Die ersten Satellitenstarts auf europäischen Raketen sind dann für 2029 vorgesehen. Die operative Inbetriebnahme, die soll 2031 erfolgen. Dann sind hoffentlich auch deutsche Raketen am Start. Die Bundesregierung hat angekündigt, sie werde zusätzlich 95 Millionen Euro für die Unterstützung von ESA Aerospace, Rocket Factory Augsburg und High Impulse bereitstellen. Diese Mittel, die sollen die Entwicklung der Raketenbauer in den entscheidenden Phasen vor ihren Jungfernflügen fördern. Der kommerzielle Entwickler von Raumstationen Vast Space hat mit SpaceX eine Vereinbarung über zwei private Astronautenmissionen zur ISS abgeschlossen. Diese Private Astronaut Missions, kurz PAMS, die stehen noch unter Vorbehalt der NASA-Zulassung und sollen als Sprungbrett für den Betrieb zukünftiger kommerzieller Raumstationen dienen. Die Missionen sollen die Expertise von Vast in Crew-Raumfahrt-Operationen stärken sowie die Zusammenarbeit mit der NASA. Die werden wahrscheinlich erstmal der beste Kunde sein. Die Missionen, die sollen mit SpaceX Crew Dragon Raumschiffen durchgeführt werden und sind Teil einer längerfristigen Strategie von Vast, nämlich das Entwickeln von Technologien für ihre geplante Raumstationen Haven 1 und Haven 2. Aktuell plant man den Start für die frei fliegende Haven 1 Raumstation für 2025. Es wäre die erste kommerzielle Raumstation überhaupt. Vast führt außerdem Gespräche mit internationalen Raumfahrtbehörden über das Beteiligen von Astronauten aus verschiedenen Ländern an ihren Missionen. So hat Vast zum Beispiel im November mit der Tschechischen Republik eine Zusammenarbeit vereinbart, die den Flug tschechischer Astronauten ermöglichen soll. Die Vergabe der privaten Missionen zur ISS, die unterliegt wie gesagt der Genehmigung durch die NASA. Von den russischen Privatmissionen zur ISS mal abgesehen, wurden bisher alle Private Astronaut Missions von Exum Space durchgeführt. Exum hat bereits drei Missionen erfolgreich durchgeführt und plant die vierte AX-4 für das Frühjahr 2025. Exum Space plant schon deutlich länger als Vast den Aufbau einer kommerziellen Raumstation. Exum Space hat jetzt den Aufbau seiner kommerziellen Raumstation angepasst, um schneller eine eigenständig fliegende Station zu erreichen und gleichzeitig die Anforderungen der NASA für die geplante Deorbitierung der ISS zu berücksichtigen. Mit einer neuen Reihenfolge der Modulstart soll die Exum Station bereits ab 2028 unabhängig von der ISS operieren können. Die ursprüngliche Abfolge hätte Konflikte mit dem Andocken des USD-Orbit-Vehicles verursacht, das die ISS ja gegen Ende ihrer Lebensdauer kontrolliert zum Absturz bringen soll. Wenn man das vermeiden will, wird Exum Space jetzt den Aufbau umgestalten und auch an einer anderen Stelle aufbauen. Damit nicht dauerhaft der vordere Docking-Port blockiert wird, soll der Aufbau nun an der Stelle stattfinden, wo aktuell Signus dockt. Den Start des Payload Power Terminal Modules, kurz PPTM, plant man für 2027 als erstes Modul. Danach soll ein erstes Habitatmodul, Hub 1, folgen und bereits diese beiden Elemente, die sollen dann von der ISS abgekoppelt werden und eine freifliegende Raumstation für vier Besatzungsmitglieder bilden. Mit dem Erreichen ihrer Eigenständigkeit, da sollen dann schrittweise eine Luftschleuse, ein zweites Habitatmodul sowie ein Forschungsmodul folgen. Laut Exum hat die Neuausrichtung keinen Einfluss auf die Gesamtkosten der Exum Station. Sie könnte jedoch den Cashflow des Unternehmens verbessern, da Investitionen schrittweise erfolgen. Talos Alenia Space Italia, kurz TASI, stellt die Modulstruktur für Exum her. Das Unternehmen, das hat bereits mit der Arbeit am nun zuerst benötigten PPTM begonnen und verwendet dabei Komponenten, die ursprünglich für die beiden Habitatmodule vorgesehen wurden. Die Struktur für das PPTM, die soll bereits 2025 an Exum geliefert werden, wo dann die Endausrüstung erfolgt. Wenn wir beim Thema Raumstationen sind, am 17. Dezember, da stellten die Astronauten Xai Xuhe und Song Lingdong der Shenzhou-19-Mission einen neuen Rekord auf. Und zwar für den längsten Außenbordeinsatz in der Geschichte der Raumfahrt. Mit neun Stunden und sechs Minuten außerhalb der chinesischen Raumstation Tengong übertrafen sie die bisherige Bestmarke der USA von acht Stunden und 56 Minuten aus dem Jahr 2001. Die Arbeiten umfassten die Inspektion externer Systeme und die Installation von Schutzvorrichtungen, um die Raumstation vor Mikrometreten zu schützen. Die italienische Raumfahrtfirma Avio hat mehrere Verträge mit der ESA unterzeichnet, um die Leistungsfähigkeit der Vega-Raketen zu steigern. Der Gesamtwert der Verträge, der beläuft sich auf etwa 350 Millionen Euro. Ein Teil des ESA-Gelds schließt in die Umrüstung eines früheren Ariane 5-Integrationsgebäudes in Kourou für dann die Vega C. Dank dieser neuen Einrichtung will Avio künftig auch zwei Startkampagnen parallel durchführen können. Mit dem neuen Gebäude soll die jährliche Startrate auf sechs Starts steigen. Ein weiterer Vertrag, der unterstützt die Entwicklung der Vega E, eine verbesserte Version der Vega C. Die soll bis zu drei Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen können, statt der bisher 2,3 Tonnen der Vega C. Die Vega E wird in der ersten Stufe den größeren P160-Booster einsetzen, der auch die Leistung der Ariane 6 steigern soll. Vega C und Ariane 6 nutzen ja aktuell den P120-Feststoffbooster. Die beiden oberen Stufen der Vega C, die sollen bei der Vega E durch eine einzige neue Stufe mit einem Methan-Sauerstoff-Triebwerk abgelöst werden. Der Vorgänger Vega C, der kehrte am 5. Dezember mit dem erfolgreichen Start des Satelliten Sentinel-1C nach zweijähriger Pause zurück, nachdem ja der zweite Flug der Vega C fehlgeschlagen war. Die Vermarktung der Vega-Raketen erledigt ja zukünftig Avio selbst nicht mehr Ariane Space. Der langjährige CEO von Ariane Space, Stefan Israel, der wird die Firma nun verlassen, Er hat Ariane Space seit 2013 geführt. Sein Nachfolger als CEO von Ariane Space und Mitglied des Exekutivausschusses der Ariane Group wird im Januar David Kavailole. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er ist 36 und hat vorher bei der Unternehmensberatung Capgemini gearbeitet. Apropos Ariane. Die erste und die zweite Stufe der nächsten Ariane 6-Rakete, die wurden erfolgreich zusammengefügt. Die Zentralstufe, die wird nun zur Startrampe transportiert und in der mobilen Start- und Integrationshalle aufgerichtet. Wir sind ganz, ganz dicht an den 80.000 Abonnenten. Wenn du es noch nicht gemacht haben solltest, unbedingt den Kanal abonnieren. Wäre doch Hammer, wenn wir diesen Meilenstein noch in diesem Jahr schaffen. Ja, und mit dem Abo, da bleibst du ja up to date, was so alles Krasses in der Raumfahrt passiert. Apropos aufgerichtet, beziehungsweise senkrecht. Senkrechtstarter gibt es dank der Senkrechtstarter-Schutzengel. Also aller Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und ganz besonders herzlich von mir geht an euch ein ganz großes Dankeschön. Wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprach auf dem Vorraumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Montag, 23. Dezember, langer Marsch 8 von Wing Cheng. Auch am Montag, 23. Dezember, Starlings von Candy Space Center. Am Mittwoch, 25. Dezember, Soyuz 2.1b von Baikonur mit Rezos P5. Und der Wochenabschluss voraus, die ich am Freitag, 27. Dezember, Falcon 9 von Cape Canaveral mit einem Kommunikationsathleten für den Geo. Hier noch einmal der Hinweis auf meinen exklusiven NordVPN-Deal, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen, wäre ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk, wenn wir dieses Jahr noch die 80.000 Abos knacken. Also gern abonnieren und oder das Video mit deinen Freunden teilen. Lohnt sich auf jeden Fall, denn die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo Moment. Euch allen frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal und immer schön senkrecht bleiben. Euer Mau. Bis zum nächsten Mal.